Achso, da war Weapons, alles klar. Und war die Kiste vorhin nicht da, da hätten wir die Angel holen können. So, alles klar, lalala. Hier anzünden gleich. Wenn wir ihn beiseite geschafft haben. Sehr schön. War das mal so ein unterirdisches Dorf, oder war das mal überirdisch? Was meint ihr? War die so viele? Das sieht doch aus wie so ein Dorfplatz hier. Da ist jemand drin, Kundschaft. Okay, hier geht's noch runter. Okay. So, wo ist denn der? Da? Gut, sonst ist ja auch nichts. Wo geht's denn hier lang? Okay. Und solange man die angreift, zünden die auch nicht ihren Blitz. Alter, wie riesig das hier ist. Gott, oh, Gott, oh, Gott, Gott. Moin. Hau auf mich an zu krabbeln. Das gilt nicht. Da liegt Gold drin. Wie kommen wir denn da rein? Wo ist denn die Tür? Ach da. Hier die Treppe rauf. Juhu. Drei Gold. Okay, hier ist nichts. Klick, 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 klick. Da ist Gold. Noch mehr Gold. Ja, acht Gold. Wir werden steinreich, wenn wir hier rauskommen. Hab ich mal in der letzten Höhle auch schon gesagt, ne? Wie geht's denn da rein? Oben wahrscheinlich, schätze ich mal. So, jetzt erstmal gucken. Wahrscheinlich kann man hier oben einmal rumlaufen. Ah. Kundschaft kommt zu mir, das ist gut. Oder wo geht's? Ne, warte mal. Hier scheint es weiter zu gehen, glaube ich. Denke ich mal. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwo weiter geht. Deswegen gucke ich erstmal hier unten. Hier unten ging's ja auch noch irgendwo hin, ne? Was haben wir denn hier? Nichts. Okay. Aber wo führt denn diese Treppe hin? Sag mal. Achso, ins Nichts. Alles klar. Gut. Haben wir das Rätsel der Treppe nun auch gelöst. Ich bin beruhigt. Können wir sie hinters Licht? Oder haben wir ihnen hier wirklich die Wahrheit gesagt? Mein Name ist Jonathan Fricks. Und das ist X-Faktor. Das ist unfassbar. Ich seh nix. Huh. Huh. Aber die spawnen nicht nach, ne? Also die... Die Blitzis. Ich nenn sie mal Blitzis. Die Blitzis spawnen, glaube ich, nicht nach. Wenn ich das richtig gesehen habe. Die sind nur einfach da. Immer in der Dunkelheit leben. Immer in der Höhle. Muss gruselig sein, oder? So völlig in Isolation. Oh, Metal ist full. Okay. Da ist ne Kiste. Und als Kundschaft. Ja, Metal ist full. Full Metal Jacket. Ha, ha. Ha, ha. Oha. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi, hi. Ich bin ein Fuchs. Ne, ich bin ein Fuchs. So. Okay, hier oben war nichts. Können wir also direkt runter. Da ist noch Gold. Das nehmen wir noch mit. Bin ich aber auch wieder? Hier ist auch wieder so ein Marktplatz. Krass. So. Okay, wir müssen die Treppe runter. Ich bin gespannt, ob wir... Haben wir die zwei Punkte noch? Ja, wir haben die zwei Skillpoints. Haben wir noch. Okay. Ich bin gespannt, ob ich gleich einen dritten habe. Oh, wie schön das hier ist. Sieht gerade ein bisschen aus, als würde ich im Phantasialand rumlaufen. Und gleich irgendwo das Fahrgeschäft auf mich wartet. So. So eine tolle Hütte. Einfach so in so eine Ecke reingebaut. Aber es war ja klar, dass es nicht der... Die Endarena ist. Die wird schwieriger werden. Das weiß ich jetzt schon. Boah, wenn der schon so viele Schläge verträgt. Na, ich hoffe, wir können gleich skillen. Ah, es wäre noch toll. So. Metall. Oh, hallo? Oh. Ich darf schon, ich falle jetzt runter. Ja, Metall ist voll. Man, nur Metall voll haben. Hätte ich nie gedacht, dass wir das mal haben werden. Oh Gott. Was ist denn hier los? Holy Party. Ich zünde mal eben an. Ja, Jungs? Ich hoffe, ich habe nichts dagegen. Bisschen Licht. Die Schattendämonen. Oha. Bleib mal auf, ne? Level up. Okay, wir haben Level up. Ich muss mal eben schnell gucken. Find das. Ja, drei Skillpoints. Hier machen wir direkt den hier. Base Damage mehr. Dann machen wir direkt mehr Schaden. Sehr nice. Oh ja, 20 Schaden machen wir direkt. Das ist gut. Donnerwetter. Uh. Schwer was los hier. So. Oh. Moin. Okay. Was mit ihm? Er steckte fest. Und kam nicht mehr da raus. Oh, Base Damage? Aber ich wollte schon sagen, Base Damage ist jetzt bei... Bei Holz auch, dachte ich jetzt erst, aber ist nicht. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Ich gehe jetzt mal oben gucken. Oder, oder geht es hier weiter? Pilze. Oh, geil. Pilze. Oh, geil. Pilze. Pilze. Ich liebe Pilze. Oh, das ist eine leckere, schöne Champignon. Pilzpfanne. Mmh. Lecker, lecker, lecker. So, haben wir hier... Oh ja, wir haben Kohle. Kohle zum Abarbeiten. Haben wir schon lange nicht mehr. Oder ich habe übersehen. Ich bin mir nicht sicher. Plup, 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 plup. So. 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 Und so. Plup, 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 plup. So. Okay, hier oben geht es nicht weiter. Also nach unten. Hier lang. So. Hier sind wir schon Gegner. Erstmal Licht anmachen. Die Kohle farmen. Noch eine Kiste. Geil. Kisten über Kisten. Wir können uns vor... Dings nicht retten. Oh, da liegt Geld. Fünf Geld. Geld. So. Stein. Hä? War Stein nicht voll? Ja, wir haben ja... Stimmt ja. Wir haben ja die Steinbrücke gebaut. Stimmt. Deswegen können wir Stein wieder mitnehmen. Da war ja was. So. Vielleicht kommt irgendwann eine Metallbrücke. Erstmal voll die Golden Gate Bridge bauen oder so da natürlich. So. Hier können wir uns heilen. Weil, warum? Okay. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Da unten wird wahrscheinlich die finale Arena sein. Aber. Wir gehen erstmal erkunden. Denn hier scheint ja noch irgendwas zu sein. So. Lichtlein. Da geht mal ein Lichtlein auf. Oh, okay. Hier ist nix. Wenn da nix ist, dann ist da nix. Ist ne super Feststellung. So. Hier oben waren wir glaube ich, ne? Oder? Oder waren wir hier noch nicht? Doch. Doch. Doch, doch, doch. Okay. Alles klar. Gut. Dann bin ich... Ich bin überhaupt nicht ready. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin überhaupt nicht ready. Ich weiß nicht, ob ich das Schild nutzen soll. Soll ich das nutzen? Aber da bin ich langsam am Laufen. Ist eigentlich voll doof. Ich glaube, ich bleib beim Dings. Bei der Fackel. So. Dann. Here we go. Oh, Alter. Bruder, da muss ich los. Oh, da muss ich aber los. Alter, da muss ich aber los. Oh, da muss ich aber los. Erstmal essen. Oh, ich muss essen. Essen, 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 essen. Boah, Alter. Und die spawnen ja jetzt nach, ne? Boah. Ich muss ja irgendwie zusehen, dass ich hier die Fallen wegkriege. Das mit den Fallen auf dem Boden ist gemein. Ich hätte gern Pfeile und Bogen. Oh, geschafft. Das ist ja gemein. Boah, da werden wir beide abgenippelt. Was ist das hier? Repair? Okay. Okay, machen wir gleich. Wir haben, glaube ich, genug Holz. Äh, Holz, sag ich schon. Stein. Da ist es ja fies. Du rollst ja immer drüber. Indem du schließt, geht der immer einen Schritt nach vorne, ne? Und irgendwann bist du ja automatisch da drauf. Boah, das ist voll fies. Das ist ja gemein. So, ich glaube, wir müssen... Müssen wir hier hin? Ich meine, wir kommen ja eh wieder zurück, ne? Äh, was? Nein. Oh, was? Noch eine Räder? Ein Boss? Wie ein Boss. Ich bin gar nicht ready. Alter, ich bin über... Äh, was zum Teufel? Was zum Teufel? Voidboa. Was ist denn bitte ein Voidboa? Was ist denn bitte ein Voidboa? Alter. Boah, da muss ich aber los. Ich glaube, der ist sauer. Ich glaube, ich glaube, der ist sauer. Alter, nein. Ich bin gleich tot. Bruder, muss los. Es ruckelt. Alter, ich brauche Heilung. Aber es ist fuck. Oha. Oha. Oha, muss los. Muss los. Muss los. Nein, nein, hör auf damit. Hör auf, nimm mich, der scheiß Schild, Mann. Geh da weg. Huah. Alter, muss los. Muss los, Bruder. Huah. Nein, muss los. Boah, Alter. Nein, ich bin fast tot. Muss los. Huah. Alter. Boah, der muss ja mal los. Muss los. Boah, wenn er angreift, ist er sofort kümelt. Programmabsturz. Oh, Alter. Ich bin nur am Essen wie so ein Wahnsinnigen. Nein. Huah. 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 Alter, muss los. Boah, nein. Boah, muss los. Und er hat den Range, ne? Das gibt's gar nicht. Wuhu. Alter. Huah. Wuhu. Nein. Leck mich fett. Oh, muss los. Wir sterben, Mann. Du bist fast tot, Mann. Ich aber auch. Nein. Mach ihn tot. Ja, Mann. Alter. Alter. Huah. 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 Plup, 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 plup. Alter, was so Teufel. Ich war nur... Alter. Ich war... Alter. Ich war nur am Essen. Ich war nur am Essen. Und wir haben jetzt nichts mehr. Jetzt ist alle. Wir haben nichts mehr. Jetzt ist alle. Uff. Jetzt wären wir draufgegangen. Holy shit. Uff. Aber first try. Hey, muss man ja mal anerkennen. Ich hab ja gedacht, der bleibt bei der einen Phase. Aber der hat zwei Phasen gehabt, der Schlingel. So war's aber auch. Boah. Leck mich fett. Oh, wir haben Brot. Ja, wir haben Brot. Und wir haben ein paar Bieren. Die ich mir mal eben rein knusere. Ich meine, da hätte ich erstmal die Bieren und so... Haben wir Level? Wir haben fünf Skillpoints. Was zum Teufel. Was ist das hier? Critical Damage. 20 Prozent. Das haben wir, das haben wir. Das ist hier Harvest. Leben. Mehr Leben kostet vier Punkte. Ich glaub, den Critical Damage würd ich, glaub ich, erhöhen, oder? Ja. Und dann, glaub ich, mehr Leben. So, es geht doch das Leveln. Sehr schön. Okay. Boah, Alter, damit hab ich ja gar nicht gerechnet. Boah. Level 32 sind wir. So. Ich muss erstmal zurück. Denn wir müssen die Brücke erstmal bauen. Ich will wissen... Alter, mir ist ja voll die Sprache verschlagen. Das Schild ist zwar gut und schön. Und ich hab gedacht, das wär hier das Ende. Von wegen. Das war auch ein bisschen zu einfach. Äh, das Schild ist halt zu langsam, ne? Man hätte da echt, glaub ich... Der hat eine Range gehabt. Das gibt's gar nicht. Das war unfassbar. Wie der mich einfach angegriffen hat. Ah, okay, das ist die Abkürzung. Alles klar. Hier hatten wir ja geguckt gehabt, da war die Brücke ja kaputt. Oder die Treppe. Und hier kommt man dann zurück. Alles klar, ne Abkürzung zurück. Sehr schön. So. Dann lass mal gucken. Also, pass auf. Oh, und ich hab schon ein paar Mal unseren Tod vor Augen gesehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist halt... Ach, schön. Die Musik. Ich hab nie gedacht, dass hier Bossgegner gibt, so große. Holy shit. So. Alter Schwede. What the fuck. Was ist das? Juhu. Lit. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, wow. Wuuuup. Schwupps. So. Na, das war ja aufregend. Gott, war das spannend. Holy shit. Un-fucking-passbar. So, Game Save Map updated. So, wir müssen... Ach, du Heiliger. Da ist ne Höhle. Alles klar. Da müssen wir hin als nächstes. Ich würde aber sagen, wir reisen erstmal zurück. Nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo wir unser Boot gelassen haben. Wo ist denn unser Boot? Ach, da unten. Oh, hier ist Clay. Ich würde sagen, wir düsen erstmal nach Hause. Nach der... Nach dem... Oh, Clay ist full. Nice. Nach dem aufregenden Match hier. Öh, bleib hier. Boah, diese Pumpkins, die haben ja auch den Arsch gerettet. Also, die, die, äh... Ähm, wie heißen sie nochmal? Mann, Pumpkin. Hier, du weißt schon, was ich meine. Wieso fälle ich eigentlich Clay, wenn Clay voll ist? Ähm, Kürbisse. Oh, die Kürbisse haben ja echt den Arsch gerettet. So, Boot muss hier sein. Hä? Ne. Da. Okay, links von uns. Boah, die haben ja echt den Arsch gerettet. Und die Kürbisse waren gerade leer. Oh Gott, das war... Das hat genau gepasst. Alter Schwede. So, dann düsen wir mal. Ach, ich hab ganz vergessen. Siehst du? Oh. Äh, Spiel. Ich wollte mich eigentlich gerade entschuldigen dafür, dass die eine Folge, äh, weg ist. Oh nein. Oh. Ja. Ähm. Oh. Lens Island reagiert nicht mehr. Ja, das ist ja schön. Das ist ja... Uh. Okay. Lens Island Exe reagiert nicht mehr. Das ist ja ganz toll. Ähm. Nein, ich wollte mich eigentlich dafür entschuldigen, dass die Folge nicht, ähm, gekommen ist. Die eine, die mir abhandengekommen ist, wo wir das Boot gebaut haben. Oder beziehungsweise, ja. Die ist mir leider abhandengekommen. Ah, wie ärgerlich. Das ist jetzt auch sehr ärgerlich. Ihr habt einen schwarzen Bildschirm, ich weiß. Einen schwarzen Bildschirm. Vielleicht, äh, schneide ich die Folge mal zusammen. Keine Ahnung, mal gucken. So. Ähm, ja. Das ist ja nicht so schön. Naja. Gut. Dann müssen wir es nochmal neu laden. Ist ja gar kein Problem. Warum soll auch alles normal laufen? Ich hab auch einfach immer so ein Pech. Das ist... Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach ja. Gut. Was soll man machen? So. Play Game. Was? Nein, ich wollte nicht auf YouTube. So. Und, äh, warte. Ich... Moment. Mache Play. Und dann geht's auch schon los. many Uhr window Tsar Challenge. Äh. Warte.